Buenos Dias, herzlich willkommen zum Podcast. Heute dreht sich das Thema um die Komfortzone und das ist ein Thema, was mir sehr im Herzen liegt, also diese Komfortzone, weil ich immer wieder Menschen sehe, die sich nur in dieser Komfortzone aufhalten und dadurch einfach wahnsinnig viel verpassen. Und ich denke, dass es auch gerade in der Jugendhilfe wichtig ist, da einfach mal drüber nachzudenken und zu gucken, was bringen wir den Jugendlichen eigentlich bei über diese Komfortzone. Und genau, dazu lade ich dich jetzt ein und fang auch gleich auf zu quatschen und fang gleich an mit dem Thema die Komfortzone. Ja, fangen wir an mit dem Thema Komfortzone. Da möchte ich erst mal erklären, was ist überhaupt die Komfortzone und wie viele Zonen gibt es überhaupt. Also manche teilen das Ganze in drei Zonen ein, manche in vier. Ich teile es jetzt mal hier in dem Podcast in vier verschiedene Zonen ein. Also wir haben einmal die Komfortzone. Ja, das ist die Zone, in der fühlen wir uns sicher. Da sind unsere Routinen, da wissen wir genau, was wir tun sollen. Also da machen wir viel aus Gewohnheit. Also da haben wir wirklich die volle Kontrolle, weil das die Zone ist, die wir wirklich kennen. Die kennen wir in- und auswendig. Die sind wir gewohnt und das ist natürlich hier sehr bequem und sehr gemütlich. Deswegen nennt man sie auch die Komfortzone. Und ja, es gibt Menschen, die halten sich ausschließlich in dieser Zone auf. Aber eigentlich ist es sinnvoll, aus dieser Zone herauszugehen, damit wir eben Fortschritte machen, lernen, diese Zone weiter ausbauen. Aber was viele davon abschreckt, ist die nächste Zone, denn nach der Komfortzone kommt die Angstzone. Und klar, wie der Name schon sagt, da hat man Angst davor, weil das ist ein Gebiet, wo wir uns nicht mehr sicher sind. Das ist neu, da sind wir uns unsicher. Da kommen dann auch die Ausreden. Ach, das muss ich ja nicht machen, das brauche ich doch auch gar nicht. Ach komm, ich gehe wieder zurück. Lass mal gut sein. Also wenn wir jetzt irgendwie, nehmen wir mal als Beispiel, sich selbstständig machen. Nehme ich mal als Beispiel, weil ich da ja dabei bin. Natürlich ist es, es ist bequem, in seinem alten Job zu bleiben, wo du einfach alles weißt. Du kennst die Routine, du hast da alles im Griff. Du bist da alles gewohnt. Und dann, wenn du in die Selbstständigkeit gehst, dann ist das natürlich erstmal mit Unsicherheit verbunden, weil du weißt ja erstmal nicht, was kommt. Und du hast auch die Zone, in der Ablehnung eine Rolle spielt, weil du ja aus deiner gewohnten Zone aussteigst und es dann Leute gibt, die dich da drin halten wollen, ja, und die das erstmal ablehnen, dass du da rausgehst. Warum ist das so? Natürlich, weil diese Personen auch Angst haben und merken, oh, ich müsste eigentlich auch aus dieser Komfortzone rausgehen. Aber ich traue mich nicht, ich habe Angst und deswegen will ich auch nicht, dass die anderen da rausgehen. Die sollen schön mit mir hier bleiben in der Komfortzone. Genau, also Ablehnung ist in der Angstzone ein Thema und Ausreden und natürlich dann auch der Abbruch. Also wenn man dann mal da rausgegangen ist und sieht, oh, ist alles irgendwie unsicher und ich weiß auch nicht, dann brechen viele eben da auch ab und gehen wieder schön zurück in die bequeme Zone. Wenn man dann aber erstmal durch diese Angstzone durchgeht, kommt die dritte Zone und das ist die Lernzone. Und hier machst du neue Erfahrungen, du entwickelst neue Skills, du baust hier Selbstvertrauen auf, weil du dir neue Sachen aneignest und du plötzlich Dinge kannst, die du vorher nicht konntest, ja. Also deine Zone, diese Komfortzone, die erweitert sich plötzlich und du kannst plötzlich neue Dinge, du siehst neue Dinge, du erfährst neue Dinge und das ist natürlich etwas, sehr Positives. Also wenn du diese Angstzone überstanden hast, dann kommt natürlich die positive Zone. Aber auch da musst du erstmal Energie aufwenden, weil du musst ja die neuen Dinge erstmal lernen. Du musst dich da reinhängen. Also wenn wir jetzt bei der Selbstständigkeit wieder bleiben, bei mir war es ja dann so, dass ich natürlich erstmal ganz viel Technik lernen musste, ja, vor dem ich vorher natürlich erstmal Angst hatte, weil ich überhaupt nicht so der Technikfreak war. Und dann musst du dich da reinhängen und musst lernen, wie baust du einen Online-Kurs, wie machst du ein Webinar, wie machst du einen Podcast, wie baust du eine Facebook-Seite, eine Webseite. Und das sind aber dann Sachen, die du dann lernst, wenn du das wirklich willst. Und dann gibt dir das eben Selbstvertrauen, weil dann kannst du das. Also heute kann ich einen Podcast aufnehmen und kann ihn hochstellen und weiß, wie ich einen Kurs baue, wie ich ein Programm baue, wie ich Newsletter-E-Mails schreibe. Also wie gesagt, du hast dann ganz viele neue Skills, die du da lernst in dieser Zone. Und dann kommt die vierte Zone und zwar die Wachstumszone. Und da erreichst du dann deine Ziele, du findest deinen Sinn, du bist einfach selbstsicher, weil du diese Zone jetzt durchlaufen hast und du bist zufrieden. Es macht dich einfach nicht zufrieden, in dieser Komfortzone zu bleiben, wo immer das Gleiche passiert. Deswegen beschweren sich ja auch so viele Menschen und sagen, ja, es ist alles irgendwie scheiße, das ganze Leben ist irgendwie blöd, aber ja, die Arbeit blöd, weiß nicht, Partner blöd. Aber sie tun auch nichts, um da rauszukommen. Und dann kommen eben diese Ausreden aus der zweiten Phase. Ja, was soll ich denn machen? Also es geht ja alles gar nicht. Also ich muss ja den Job machen, weil ich brauche ja das Geld und ich muss ja die Miete bezahlen und das bezahlen. Also ich kann da ja gar nicht. Also kommen die Ausreden und der Abbruch. Anstatt da durchzugehen, sich neue Sachen anzueignen, neue Erfahrungen zu machen, seinen Horizont zu erweitern und in der Wachstumszone anzukommen und seine Zone erweitert zu haben und einfach dann zufriedener zu sein mit sich und seinem Leben. Und genau, das sind die vier Zonen. Und dann finde ich, sollten wir einfach mal drüber nachdenken, was bringen wir denn den Jugendlichen bei, da drüber. Also wollen wir sie in eine Komfortzone quetschen mit einer festen Arbeit, wo sie einfach nur routinemäßig Dinge machen, gewohnheitsmäßig und da sollen die drin bleiben. Oder bringen wir ihnen bei, immer wieder auch mal aus dieser Komfortzone rauszugehen, durch die Angstzone zu gehen, in die Lernzone, wo sie sich neue Dinge aneignen und neue Erfahrungen machen und dann daran wachsen. Und natürlich in vielen Bereichen tun wir das auch. Zum Beispiel in der Erlebnispädagogik, wo wir ja den Jugendlichen genau das zeigen. Also geh aus deiner Komfortzone raus, auch wenn du Angst hast. Kletter auf den Berg oder kletter im Hochseilgarten da hoch und spring. Und du wirst neue Erfahrungen machen, neue Skills entwickeln und mehr Selbstvertrauen. Das ist ja dann oft so, dass die Jugendlichen mehr Selbstvertrauen haben, wenn sie dann zum Beispiel da mal auf dem Berg geklettert sind. Und ja, das geschafft haben und haben dann dadurch ein Ziel erreicht und ihre Zone erweitert und sind selbstsicherer. Und ja, die Frage ist, machen wir das auch im normalen Alltag? Bringen wir ihnen da auch bei, immer wieder mal aus der Komfortzone rauszugehen? Oder wollen wir sie eher in so eine Komfortzone pressen? Wie eben, ich habe es schon gesagt, in eine feste Arbeit, wo sie dann ihr Leben lang arbeiten sollen. Ich finde, es geht eher darum, das Talent zu finden, was der Jugendliche hat. Also was kann er besonders gut? Und es muss da nicht unbedingt eine feste, sichere Arbeit sein, bodenständig. Es kann ja auch, ja, vielleicht kann der Jugendliche super gut singen. Dann kann man ihn auf dem Weg unterstützen. Heutzutage ist das ja auch, ist das ja alles viel offener. Man hat viel mehr Möglichkeiten. Früher war das schwierig natürlich, ja. Man musste irgendwie ins Fernsehen kommen oder man musste Leute von sich überzeugen. Heutzutage kannst du, wenn du ein Talent hast, das ja super schnell eigentlich öffentlich machen. Mithilfe von Facebook, Instagram, YouTube-Videos, ja, und dann zum Beispiel ein Online-Business aufbauen. Aber da fehlt es halt an vielen Betreuern und Betreuerinnen an dem Wissen, an dem Wissen von der Technik. Wie macht man das genau? Ich meine, die Jugendlichen wissen, ja, ich kann YouTuber werden, aber wie man genau damit Geld verdient. Und was da dahinter steckt, hinter so einem Online-Business, ja, wie die Strategien dahinter sind, wie du an die Leute rankommst, das ist ja fast eine eigene Wissenschaft, ja. Online-Marketing ist wirklich ein Riesenfeld, mit dem ich mich jetzt seit zwei Jahren beschäftige. Und, ja, und das, finde ich, sollte man auch den Jugendlichen vermitteln. Also nicht nur, dass man versucht, sie in einen festen Job zu stecken. Klar, manche Jugendliche sind dafür geeignet, ja. Ich sage jetzt nicht, jeder soll YouTuber werden. Aber es gibt Jugendliche, die haben einfach ein anderes Talent. Die haben nicht das Talent, irgendwie, ja, den ganzen Tag Kisten zu schleppen oder routinemäßig immer das Gleiche zu machen, sondern die haben einfach ein anderes Talent, was man supergut so vermarkten könnte oder was die selber eben so vermarkten könnten. Aber ihnen fehlt da eben das Wissen und den Betreuern auch und dadurch kommt es oft leider nicht dazu. Und, ja, und ich denke, es ist schon wichtig, trotzdem den Jugendlichen das Vertrauen zu vermitteln und den Glauben an sich selbst, damit sie selbst das Vertrauen haben, sich der Welt zu zeigen oder ihr Talent zu zeigen und dann damit zum Beispiel ihr Geld zu verdienen, ja. Das muss ja dann nicht unbedingt ein ganz normaler 0815-Job sein. Also viele Jugendliche passen da einfach nicht rein. Und dadurch kommt es dann auch, dass die Jobs immer abgebrochen werden, ja. Es wird, ah, jetzt hat er endlich eine Arbeitsstelle, aber dann nach zwei Wochen wird die wieder abgebrochen, weil das einfach nicht das Ding des Jugendlichen ist, das sein Natural, sein, ja, das, was er verkörpert. Also ich kann da ganz gut mitreden, weil es mein Ding auch nicht ist. Also ich habe mal in einer Firma gearbeitet, wo ich immer das Gleiche machen musste und da wäre ich fast wahnsinnig geworden. Also ich brauche immer irgendwie was Neues, was, wo ich neue Ideen mit reinbringen kann, Ideen. Ansonsten werde ich da auch verrückt. Aber es gibt natürlich Menschen, die das mögen, die das brauchen, denen gefällt das. Und genau, ich habe es in einer anderen Podcast-Folge schon gesagt, das ist auch wichtig, dass wir alle Persönlichkeiten auf unserer Welt haben und in unserer Gesellschaft. Ansonsten würde das ja auch nicht funktionieren, wenn wir alle nur das Gleiche machen würden. Genau, also frag dich mal, was du den Jugendlichen vermittelst in deiner Arbeit. Vermittelst du da auch mal rauszugehen aus der Komfortzone? Oder bist du selber so, dass du gern in deiner Komfortzone bleibst, ganz bequem und da eigentlich nicht raus willst und das auch dann den Jugendlichen so überstülpen willst? Also ich kann nur von meiner eigenen Erfahrung sagen, dass es sich immer lohnt, wenn man aus dieser Komfortzone rausgeht. Und das ist natürlich nicht einfach. Also ich selber hatte auch oft Punkte, wo ich dachte, bleibe ich jetzt lieber da oder gehe ich da raus? Also zum Beispiel, bevor ich nach Spanien gegangen bin, hatte ich einen super tollen Job bei der Stadt München. Also das war ein super sicherer Job, ein toller Job. Ich habe da mit Flüchtlingen gearbeitet, hätte ja aber auch, wenn ich irgendwann nicht mehr mit Flüchtlingen arbeiten hätte wollen, einfach in einen anderen Bereich wechseln können. Also es war eigentlich ein super toller Job. Ich habe da gut verdient. Ich hatte tolle Kollegen, es war eigentlich alles super. Aber ich dachte, wenn ich jetzt da bleibe, dann bleibe ich da für immer und entwickle mich nicht weiter und komme nicht voran. Also bin ich erst mal für ein Jahr nach Spanien und dann hier geblieben. Und natürlich gehst du erst mal durch diese Angstzone. Ich gehe in ein fremdes Land. Ich weiß, ich kenne die Sprache kaum. Das ist eine andere Kultur, andere Menschen. Und natürlich ist es dann einfacher zu sagen, oh nee, ich gehe wieder zurück, da will ich alles kennen. Aber wenn du dann da erst mal durchgehst und in diese Lernzone kommst, wo du dann, also in meinem Fall die neue Sprache dann kannst, du hast eine neue Sprache gelernt, du kannst dich in einem neuen Land bewegen und kennst dich aus und kennst die Kultur, die Menschen, dann ist das was, was dir wahnsinnig viel Selbstvertrauen auch gibt. Und dann im letzten Schritt auch Selbstsicherheit und einfach eine Zufriedenheit, weil du den Schritt gemacht hast, weil du durch diese Zone durchgegangen bist und nicht in dieser bequemen Zone verhaftet bist. Und ja, so ist das auch mit Beziehungen. Also ja, oft bleiben wir in Beziehungen, in denen wir gar nicht zufrieden sind, weil es einfach bequemer ist, als wenn man sich jetzt trennt und dann erst mal nicht weiß, wie geht es denn jetzt weiter. Und dann muss ich vielleicht auch neue Skills lernen, die die vorher mein Partner für mich übernommen hat. Aber ja, letztendlich kommt man dann auch in die Wachstumszone und wächst und ja, ist dann vielleicht auch zufriedener. Also es wartet immer, denke ich, etwas Besseres auf einen, wenn man diese Komfortzone verlässt. Und ich finde es einfach schade, dass viele Menschen lieber in der Sicherheit verweilen, ja, also ihr ganzes Leben, anstatt einfach rauszugehen und zu leben. Ja, also viele leben ja nicht, die sterben ja schon, oder leben sterbend, wie man es sagen kann. Anstatt einfach rauszugehen und zu leben und das Leben ist halt nun mal so. Da gibt es Auf und Abs und durch die Abs lernst du halt auch wieder. Aber du verpasst einfach so viel, wenn du nicht aus dieser Komfortzone mal rausgehst. Man kann ja dann auch mal wieder eine Zeit lang da drin bleiben und sich ein bisschen ausruhen, aber dann sollte man schon auch wieder den Schritt wagen und ja, in die nächste Zone gehen. Und das erfordert natürlich Mut, das ist klar. Und da kannst du dir auch nochmal die erste Podcast-Folge anhören, wenn du dir die noch nicht angehört hast, zu dem Thema Sicherheit, weil da ging es eben darum, dass wir immer diese Sicherheit im Außen suchen. Und ja, diese Sicherheit im Außen wirst du nie vollständig kriegen können. Also du kannst dir noch so viel Versicherung kaufen. Es kann trotzdem immer irgendetwas passieren, was nicht abgesichert ist. Und das, was wir eigentlich brauchen, ist eine innere Sicherheit. Nicht die Sicherheit im Außen, sondern eine innere Sicherheit, dass ich mit allem umgehen kann, was passiert. Also auch wenn ich dann mal vielleicht ohne Job dastehe, ohne Geld, so wie das ja bei uns auch im Moment immer noch nicht so einfach ist mit dem Geld. Aber du kommst dann trotzdem in die andere Zone und du lernst etwas daraus, ja. Und du lernst auch damit umzugehen und irgendwann bist du dann in der Wachstumszone und ja, bist stolz auf dich, dass du da durchgegangen bist und dass du es, ja, dann geschafft hast und dass du auch die Zeit so durchlebt hast. Und genau darum geht es eigentlich, um diese innere Sicherheit, dass du, egal was kommt, mit dieser Situation umgehen kannst. Und genau, also hört ihr auch gerne nochmal die erste Folge an, wo es um das Thema Sicherheit geht. Genau, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen, wo es um die Komfortzone geht. Und ich hoffe, du konntest ein bisschen Mut schöpfen und gehst jetzt auch mal aus der Komfortzone in die, durch die Angstzone, in die Lernzone und kommst dann in die Wachstumszone. Und gibst das auch so in deiner Arbeit mit den Jugendlichen weiter, dass man eben nicht immer nur in der Sicherheit verhaftet, sondern einfach, dass du ihnen ja eine innere Sicherheit vermittelst, dass sie mit jeder Situation gut umgehen können, egal was kommt. Genau, und ja, das wünsche ich dir jetzt hier mit dieser Podcast-Folge innere Sicherheit und dass du, egal was kommt und egal in welcher Situation du bist, du gut damit umgehen kannst. Und komm natürlich auch gerne in die Facebook-Wuppe, dein Mindset für Jugendhilfe und tausch dich gerne mit uns aus, was du zu dem Thema denkst und wo du vielleicht schon aus deiner Komfortzone rausgegangen bist oder wo du das den Jugendlichen gezeigt hast, beigebracht hast. Und schau auch gerne auf unserer Webseite vorbei, www.patchworkfamily.es. Du kannst uns auch direkt anschreiben unter kontakt.patchworkfamily.es. Falls du Interesse an Dingen angeboten hast oder einfach mal ein kostenloses Gespräch haben möchtest, genau, dann melde dich einfach, schreib uns an und ich freue mich von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal.